Jetzt geht es barrierefrei von Livorno und geht es jetzt nach Olbia, Sardinien. Mal schauen, ob das mit dem Rollstuhl alles klappt. Gucken wir hier wirklich Aufzüge. Jetzt checken wir ein hier, weiß ich, in die barrierefreie Kabine, wenn es klappt. Hier bei der Mopi-Line gibt es tatsächlich barrierefreie Kabinen. Die sind geräumig, man kann sich drehen. Und da haben wir es, es gibt sogar ein barrierefreies Bad hier drin. Nibaraydu, unsere Anlage. Hier geht es direkt zu unserem Häuschen. Sehr steil runter. Das ist dann der Blick. Das kannst du nur mit dem Segway machen hier an der Anlage. Hier gibt es spektakuläre Wege, dass man überhaupt mal an den Pool kommt. Das macht es ja ganz locker nur, aber da geht es richtig steil hoch und runter. Also jetzt sind wir am ältesten Olivenbaum in Europa, anscheinend ist er 4000 Jahre alt. Cool, oder? Von dem Olivenbaum, mit dem Segway durchfahren, klasse. Und hier war auch noch nie ein Rollstuhlfahrer, hatte ich mir gerade erklärt, weil hier ist ein sehr unwegsames Gelände. Mösh, Mösh. Mösh, Mösh. Schmeckt sogar auf Sardinien, das Eis. Hier an einem wunderschönen Strand, direkt bei Finos Bar, Beach Bar. Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderschönen hier.